So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO. Eigentlich wollte ich sehen, dass hier bis 15 Uhr noch draußen ist, aber schon wieder endlos Stress. Ist wohl, Lied aufnehmen, sonst was hier. Pupsi, Werkstatt, keine Ahnung, Muttertier zu Besuch. Das steht aber auf einem anderen Blatt, denn wir haben ein Thema für das Video jetzt. Ich habe letztens ein Video hochgeladen. Zehnfache EP und zwei kostenlose Raid-Pässe pro Tag. Das war natürlich das Video, wo es um die Corona-Boni ging. Denn seit Corona wurden ein paar Sachen im Spiel geändert, wie ja jeder mitbekommen hat, sodass ihr gemütlicher spielen konntet, auch mehr von zu Hause aus spielen konntet. Jetzt, mit Corona ist es immer noch ein Thema für sich, aber irgendwie geht das ja alles ein bisschen zurück. Viele Städte tun schon wieder so, als wäre nie was passiert. Und auch Pokémon möchte sich dahingehend anpassen, dass das wieder das normale Spielgeschehen ein bisschen zurückbringt. Werden also diese Corona-Boni abändern. Aber eigentlich habe ich es so empfunden aus diesem Artikel, dass mehrere neue Sachen hinzukommen, die eigentlich nur Vorteile haben, richtig genial sind, worauf ich mich mega freue, wie eben diese zwei kostenlosen Raid-Pässe pro Tag statt einem. Das ist mega. Da kann man nichts dagegen sagen. Andere Sachen wurden beibehalten und wiederum andere Sachen werden aber abgeschafft. Die gab es dann eben nur in dieser Corona-Zeit und nach der Corona-Zeit eben nicht mehr. Damit die Spieler sich wieder daran gewöhnen, das Spiel so zu spielen, wie man es eigentlich spielen will, klingt, äh, spielen sollte, klingt für mich eigentlich vernünftig. Was ist aber los mit den Pokémon-Go-Spielern? Die sind nicht vernünftig. Und egal, wie oft ich Niantic vielleicht auch kritisiere für irgendwelche Entscheidungen und irgendwelche Dinge, die sie im Spiel versuchen umzusetzen, euch anpreisen, wegnehmen hin und her, da ist so viel Mist dabei. Diesmal stehe ich aber komplett auf der Seite von Niantic, denn sie haben nichts Schlimmes gemacht, sie haben nichts Böses gemacht, sie haben nichts Falsch gemacht. Und obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, sich aufzuregen, rasten die Spieler komplett aus, ja. GoGames hat hier einen Artikel jetzt auch dazu veröffentlicht. Niantic-Mitarbeiter werden Opfer von Shitstorm. Ihr wisst, das Gemecker ist eigentlich immer groß. Man sagt, wenn irgendwas los ist, der Praktikant ist wieder übers Kabel gestolpert, dass irgendwas nicht funktioniert hat, Memes gehen rum und dass da die Mitarbeiter an einem Tisch sitzen. Der eine sagt, was kann man denn jetzt machen als nächstes? Einer hat einen sinnlosen Vorschlag, der nächste Vorschlag ist noch sinnloser. Dann kommt einer mit einer richtig geilen Idee und im dritten Bild seht ihr nur wieder aus dem Fenster fliegt und weg, braucht man nicht. Sodass also wirklich coole Sachen eigentlich immer ignoriert werden und komplett sinnlose Sachen weiterhin immer wieder ins Spiel gebracht werden und die Leute ein bisschen ärgern zu triggern. Das ist eigentlich recht lustig, weil es kommt einem echt ab und zu so vor, aber alles kein Grund auszurasten, zu beleidigen, respektlos zu sein. Wir werden jetzt hier kurz mal uns den Artikel angucken. Ich möchte dann auch mal zeigen, was die Kommentare, ich gehe immerzu hier auf das falsche Teil, Kurt Engel, Moonsault of the Cage, Alter. Das müssen wir uns angucken. Eine Minute noch was. Nein, das müssen wir uns jetzt nicht angucken. Auf jeden Fall, wo ist er denn hier? Werden wir uns die Kommentare auch angucken, was die Leute denn unter dem Video gesagt haben zu diesen Boni, die dann neu dazukommen, die wegfallen oder die gleich bleiben. Hier ist dieser Artikel nochmal, ja. Darauf hatte ich mich ja bezogen. Neuer Bonus und Wegfall von Corona-Boni. Shitstorm gegen Mitarbeiter. Wie zu erwarten, wurde diese Ankündigung bei den Fans nicht gerade positiv aufgenommen. Warum auch immer. Selbst wir baden in unserem Bericht, die Spieler darum, sachlich zu bleiben und wenn überhaupt konstruktive Kritik zu äußern. Kann man ja machen. Doch stattdessen zeigten sich die Fans von ihrer schlechtesten Seite. Buh, alles TikTok-User. Jetzt bin ich ja genau nicht besser, wenn ich gegen TikTok hate. Das ist auch ein Insider, Insider, ja. Das muss man auch nicht ernst nehmen unbedingt. Fortnite, pfff. Alles super. Shitstorm gegen Mitarbeiter. Die Fans ließen ihren Frust über die weggefallenen Boni kurzerhand an diversen Mitarbeitern von der Yentic aus. Besonders traf es dabei die Mitarbeiterin Liz George, die für das Marketing von der Yentic zuständig ist. Werden einige schon kennen den Namen, schon öfters gehört haben. Spiele trennen da wenig, glaube ich, auch öfters mal oder zeigt Beiträge auf Twitter von ihr. Ich bin auf Twitter nicht so aktiv. Ich habe zwar einen Twitter-Account, aber eigentlich poste ich da nie was. Äh, Spiele trennen ist ja, der hat ja Twitter erfunden sozusagen, deswegen kriegt er da alles mit. Ihr Twitter-Account, It's Liz George, wurde überrannt von Beleidigungen und Belästigungen und Bedrohungen, sodass sich ge... Sodass sie sich gezwungen fühlte, den Twitter-Kanal zu schließen und ihre Online-Präsenz damit zu beenden. Soll ich mal vorstellen, wie weit das geht. Eine befreundete Mitarbeiterin äußerte sich zum Vorfall. Eine Freundin, frühere Kollegin, bekannte Gaming-Community-Managerin, wurde heute so bedroht, dass sie das Internet verlassen musste. Internet? Gibt's den Schwachsinn immer noch? Ich geh erstmal aus dem Internet. Wie wollt ihr mich da noch finden? Ich sollte vermutlich diese... Achso. Und ich sollte vermutlich diese verdammte App Twitter schließen. Aber ich muss sagen, dass mich das zur Weißglut bringt. Ja, deswegen benutze ich keinen Twitter. Dann kann mich keiner beleidigen, ne? Außer in den Streams immer. Ich hoffe, jeder, der daran beteiligt war, ist stolz auf sich. Ihr habt alle Glück, dass ich zu professionell bin, um wirklich auszudrücken, wie ich dazu stehe. Ich bin mir nicht sicher, ob es euch irgendjemand schon mal gesagt hat, aber eure Videospiele sind nicht wertvoller als ein echtes Menschenleben. Und das ist leider ein richtig trauriger Punkt, äh, den ich auch so sehe, weil es ist ein Videospiel. Es geht nicht um Leben und Tod. Und wenn man nun mal für effektiven Rauch sich jetzt bewegen muss, anstatt nur zu Hause zu sitzen, in einem Spiel, was sowieso ausgelegt ist, um rauszugehen und sich zu bewegen, dass Leute dann sagen, ahhh, seid ihr behindert, das könnt ihr mir nicht antun, ich bringe euch alle um. Also, das ist ein Spiel. Wenn du keinen Bock hast, rauszugehen, wenn du keinen Bock hast, dich zu bewegen, wenn dir das nicht passt, wie man das Spiel spielt, dann spielst du doch einfach nicht. Dann spiel doch was anderes. Dann spiel doch Fortnite oder mach TikTok-Videos, die kannst du auch drinnen machen, im Badezimmer oder so. Das ist alles kein Ding. Also, für Fortnite- und TikTok-Spieler, TikTok ist ein Spiel, die müssen doch nicht Pokémon Go spielen, ja? Oder spielt Brawl Stars oder spielt das neue WWE, wenn es dann endlich rauskommt. Und ich hoffe, es wird nicht so beschissen, wie das letzte, was ich immer noch nicht gespielt habe, weil es so schlecht war, dass ich es immer noch original verpackt im Schrank stehen habe. Aber trotzdem, ein Videospiel. Wie kann ein Videospiel wichtiger sein und wertvoller als ein Menschenleben? Das ist wirklich ein schlimmer, trauriger Punkt. Ich bin besorgt um meine Freundin und hasse jeden, der ihr das angetan hat. Hier steht auch noch das Fazit dabei. Sie möchten sich an der Stelle von diesen Vorfällen distanzieren, hoffen, dass unsere Leser intelligenter und besser sind als das, was hier geschehen ist. Die Leser von denen, vielem von meinen Zuschauern leider nicht, wenn ich immer sehe, was sie kommentieren. Nein, das ist ja nur ein kleiner Teil, die bestimmt auch so reagieren würden. Aber da seht ihr, dass es solche Leute halt immer überall gibt. Spieletränen hat auch Leute ohne Hirn. Ich habe sowas. Sabrina hat sowas. Das ist keiner perfekt. Aber wir können ja auch nicht immer was dazu, wer uns folgt. Okay, wer assi-Content macht, der zählt. Ja, egal. Das ist auf jeden Fall. Ja, auch uns liegt Pokémon GO am Herzen und ja, auch wir möchten gerne, dass das Spiel Spaß macht. Einen Menschen jedoch für die Entscheidungen einer ganzen Firma bzw. deren Führungsebene verantwortlich zu machen und diesen zu attackieren, ist weder eine Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht, noch zielführend. Wer eine Verbesserung herbeiführen möchte, muss sachliche und vernünftige Argumente bringen, die insbesondere auch beiden Parteien Vorteile bringen. Dies gilt nicht nur für Pokémon GO, sondern allgemein für Konfliktlösungen. Ich verstehe das Problem immer noch nicht, was jetzt der Hauptgrund war, was die Leute jetzt so schlimm fanden. Wir können ja mal ganz kurz, wenn wir hier auf diese Kommentare eingehen, die unter dem Video stehen. Hier zum Beispiel Lost Lift hat er auch geschrieben. Also das ist jetzt bei meinem Video, da sind nicht solche extrem komischen Hater dabei, da sind coole Leute dabei. Wer sich jetzt aufregt, dass es besser ist, rauszugehen, bei einem Spiel, das sogar GO im Namen hat, ist falsch. Das Spiel ist doch extra dafür da, mehr rauszugehen und mehr draußen zu sein. Ich finde die neuen bleibenden Boni sehr nice. Vor allem die doppelten Grades-Raid-Passe. Das ist genau meine Meinung. Es wird euch durch die doppelten Raid-Passe, die Grades-Raid-Passe ja auch nichts weggenommen. Darüber dürfte sich also niemand beschweren. Ihr habt jetzt jeden Tag einen Grades-Raid-Pass, dann habt ihr zwei Grades-Raid-Passe. Jemand, der sowieso draußen rumläuft, sieht, ah, da ist gerade ein Einer-Raid auf, ah, den nehme ich jetzt mit und auf dem Heimweg, als ich Brötchen geholt habe, habe ich meinen zweiten Pass noch weggemacht, zack, ich mache auch einen Dreier-Raid oder da waren gerade welche in der Nähe, wollten einen Fünfer machen, habe ich gesehen in der Gruppe, ich war eh gerade in der Nähe, habe mich an die Arena gestellt. Ihr könnt damit eure Champion-Medaille pushen, die Trainer-Hoffnungs-Medaille pushen, die legendäre Raid-Medaille pushen. Wer nichts ins Spiel reinsteckt, nicht rein casht, nur alles äh, normal spielt, ohne rein zu cashen, kein Pay-to-Win betreibt, der würde ja 1000 Raids brauchen, für die Champion-Medaille normal, würde 1000 Tage brauchen, wenn ihr jetzt aber zweimal, dann bräuchtet ihr ja nur 500 Tage. Das ist das Doppelte, ja, das ist eigentlich voll logisch, dass das, aber ihr seht, was ich meine, das ist, sie schenken euch was, sie geben euch was und für Leute, die sowieso gerne unterwegs sind und das Spiel intensiver leben wollen, die kriegen einfach noch mehr, aber jemand, der nur zu Hause sitzt, sowieso nicht an die Arena geht, selbst wenn die nur 10 Meter von ihm entfernt ist, der braucht sich doch über sowas zum Beispiel nicht aufregen, denn er hat ja weiterhin seine Fanrate-Pässe, die er kaufen kann, um einfach mitzumachen, ohne vor Ort zu sein, so wie er schon während Corona nicht vor Ort war, auch nach Corona nicht vor Ort sein möchte, aber nicht, weil er Angst hat von einer Krankheit, sondern einfach nur, weil es für ihn bequemer ist, das Spiel von zu Hause aus zu spielen. Und deswegen, demjenigen wird nichts weggenommen, den anderen, die aktiv sind, wird noch was draufgegeben, ist also kein Grund. Fritz Brause feiert die EP, ist auch eine feine Sache, sind natürlich nur auf die Stops, Stops, die ihr noch nicht kennt, noch nicht habt, sonst was, wenn ihr wirklich mal in den Urlaub fahrt, dann irgendwann wieder, wenn das alles möglich ist und ihr seht, okay, wir sind jetzt in der Türkei, wollte ich schon immer hin, lecker Döner essen, zack, boah, ist das rassistisch, auf jeden Fall. Ich laufe eine Runde durch die Stadt ganz alleine, dass ich weggefangen werde und drehe neue Stops, Mann, die hauen mir da EP rein, wie sonst was. Ist doch nur ein Vorteil, hat keiner den Nachteil dadurch. Servus Ramses, ist auch nur ein Vorteil, kann ich nicht verstehen, was da jetzt schlimm ist. Bleibt denn der Fanrate-Pass noch im Spiel? Ich freue mich schon, bei 50 Grad rauszugehen, dass mein Handy schmilzt und ich auch. Das ist auch so ein Ding. Viele haben sich beschwert, toll, ohne die Fanrate-Pässe werde ich das Spiel nicht mehr spielen, scheiß hier, da. Es wurde nie was über die Fanrate-Pässe gesagt. Es war schon immer der Bonus so, dass Fanspieler, die über den Fanrate-Pass in den Raid gehen und da mitmachen, eigentlich nicht so großen Schaden machen, wie wenn sie vor Ort sind, während Corona ist das weggefallen und man hat so viel Schaden gemacht, wie wenn man normal an der Arena steht. Jetzt, nach Corona, wird das so sein, dass trotzdem Fan-Raider weniger Schaden machen. Ist das wirklich ein heftiger Nachteil für euch? Ihr könnt, wenn ihr die möglich, also wenn ihr wirklich eingeladen werdet nach Berlin oder sonst was, ist das ja ein Unterschied, aber das, was bei euch wirklich in der Nähe ist, ihr könnt dahin. Bewegt euch halt. Ihr müsst euch ja jetzt nicht bewegen, es dauert eh noch, bis das alles umgesetzt wird und bis dahin ist das sicherlich wieder eine ganz andere Situation, aber ansonsten, euch wird das ja auch nicht weggenommen. Es gab vorher gar keine Fanrates und gar keine Fanrate-Pässe. Jetzt haben sie euch das ins Spiel gebracht und ihr beschwert euch darüber, dass ihr nicht noch mehr kriegt. Ich meine, ihr habt jetzt die Funktion, auch über eine Einladung mitzumachen oder nicht mal an der Arena zu stehen, sie nur irgendwo zu sehen und mitzumachen. Sie haben euch was gegeben und selbst wenn sie das euch wieder wegnehmen würden, könntet ihr euch eigentlich nicht beschweren und durchdrehen, weil hätten sie es gar nicht erst reingebracht, hättet ihr normal gespielt, hättet das jetzt nicht gekannt, würdet das also nicht vermissen. Ich weiß nicht, Niantic, manchmal sind die wirklich sehr großzügig, gutmütig, auch da sie jetzt jede Woche immer einen gratis Fanrate-Pass euch geschenkt haben und die Leute so, wann kommt denn endlich mal wieder ein Fanrate-Pass? Ich hab keinen mehr. Hätte Niantic gar keinen gratis Fanrate-Pass vergeben die ganze Zeit, wäre es halt auch so gewesen und dann hätte keiner rumgemault, wann es denn endlich mal wieder Gratis-Pässe gibt. Sobald sie einmal einen gratis Raid-Pass euch schenken, heulen die Leute rum, wie ich will noch einen, ich will noch einen und das ist, was ist das für ein Verhalten? Weiß ich nicht. Sie schenken euch was und anstatt mal Danke zu sagen, wollt ihr immer mehr und wenn dann keiner mehr kommt oder ihr jetzt was dafür tun müsst, weil ihr den jetzt aus den sieben Stempeln Feldforschungsdurchbruch bekommt, wird wieder rumgehatet. Aber die Pässe bleiben im Spiel, ihr könnt das alles noch machen. Steht hier auch auf die Pässe, sonst was, das Manu hat auch geschrieben, ich will, dass der Rauch verbessert wird. Normalerweise, wie sehr soll man Rauch noch verbessern? Ihr wisst, normalerweise Rauch halbe Stunde alle drei Minuten Pokémon. Jetzt wenn die Corona-Boni um sind, ist es auch wieder so, alle drei Minuten Pokémon, aber Rauch nicht halbe Stunde, sondern eine Stunde. Das ist ja schon mal verbesserter Rauch, im Gegensatz zu dem, wie der Rauch früher war. Während Corona war der Effekt tiefer, dass er jede Minute ein Pokémon angelockt hat, damit man eben auch die Spieler, die keinen Pokestop oder so hatten, dass die einfach zu Hause den Rauch anmachen und können dann zocken. Ist doch okay. Das wird vielen fehlen, aber das gab es vorher auch nicht. Und Rauch ist halt nun mal Rauch. Das ist kein Log-Modul, das ist Rauch. Und der Rauch funktioniert ja weiterhin. Und der Rauch lockt auch weiterhin Pokémon an und dadurch, dass der Rauch trotzdem bei 60 Minuten bleibt, statt bei 30, lockt er trotzdem doppelt so viele Pokémon an, wie ursprünglich. Nur, dass ihr, wenn ihr euch im Rauchhitz bewegt, ihn wieder effektiver haben könnt, aber diese Zeit bleibt. Also, sie nehmen nur diese extremen Spawns weg aus dem Rauch, aber trotzdem lockt Rauch weiterhin Pokémon an und ihr könnt trotzdem mit Rauch eine Stunde zu Hause gemütlich sitzen, chillen und nebenbei was fangen. Wenn ihr nicht rausgehen möchtet, und wenn ihr wirklich sagt, nein, dann spielt halt was anderes, dann spielt eure Pokémon-Spieler auf dem Gameboy oder sonst was. Patrick sagt auch, ohne die erhöhte Distanz würde er nicht mehr an Arenen kommen oder an Stops. Wie soll ich Raids machen ohne Fan Raid? Warum ohne Fan Raid? Fan Raid ist drin, Fan Raid passt, bleibt, Fan Raid passt, ist eine gute Umsatzquelle für Niantic, Fan Raid Passe ist ein schönes Feature, mit seinen Freunden zu interagieren, das passt also alles. Benjamin sagt auch, das ist super, vor allem auch die garantierten Geschenke, die es dann wieder gibt, für immer, nicht nur während einem Event, garantierte Geschenke, sondern immer garantiert, bis du 20 im Beutel hast oder bis du insgesamt 100 Mal verschickt hast und auch diese 20 im Beutel bleiben, nicht 10, 20 und bleibt, auch nach Corona, sag doch mal Danke, Danke, dass man 20 öffnen, dass man 20 tragen kann, Danke, dass man 30 öffnen kann, Danke, dass man garantiert welche bekommt, Danke für die Pässe, Danke für die massenhaft EP an neuen Stops, Danke, 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 Danke. Das einzige ist, dass Rauch nicht mehr vermehrt Pokémon anlockt, sondern so wie normaler Rauch, aber dafür geht er doppelt so lang, was ja trotzdem im Endeffekt wieder mehr Sinn, ich verstehe also nicht, wo hier ein Grund gegeben ist, zu beleidigen, auszurasten, durchzudrehen, Neyentic hat alles richtig gemacht, Neyentic hat die Spieler viel zu sehr verwöhnt und sie verwöhnen euch weiterhin, sie verwöhnen euch sogar jetzt noch mehr, wenn ihr das Spiel normal spielt, früher gab es einen kostenlosen Pass, alle haben das gemacht und jeder, der normal spielt wie früher, kriegt sogar einen zweiten kostenlosen Pass, das ist verwöhnen, die müssen das nicht machen, ihr könnt doppelt so viele Raids machen und Fanrate-Pacer gibt es weiterhin, also ich kann es nicht nachvollziehen, was da das Problem ist, seid ihr jemand, der verärgert ist oder der wirklich einen heftig, hat einen Kritikpunkt da gesetzt hat oder ich weiß es nicht, sagt doch einfach mal Danke, Danke, Neyentic und alles ist super, das war es jetzt glaube ich aber von meiner Seite aus, wir sehen uns heute Abend, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.